Guten Tag, werte Gäste der Mesa Manga, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Monologie. Ja, heute wieder mal ein spezielles Thema, ihr seid es ja gewöhnt. Monologie heißt, mir ist wieder irgendwas eingefallen, wo ich drüber sprechen möchte und vielleicht ergeht das dem der ein oder anderen da draußen oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich heute mal über meine Eltern sprechen. Das klingt jetzt erstmal oder das mag erstmal ein bisschen verrückt klingen, das kann ich auch nachvollziehen, aber hört mir zu. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ja, das ist einer der Gründe, warum ich mich als Otaku, sage ich jetzt mal, generell einfach auch unglaublich wohl fühle. Denn ich habe eigentlich selten wirklich in meinem Leben einen Rückschlag bekommen, weil ich Anime, Manga und japanische Videospiele mag. Das war nie ein großes Thema in meinem Leben und ich weiß, dass wahrscheinlich andere da draußen, die das jetzt vielleicht hören, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, vielleicht sogar auch im Erwachsenen-Dasein, da jede Menge Rückschläge erlebt haben. Aber bei mir war das Ganze eigentlich sehr, 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 sehr einfach gehalten. Ich habe eigentlich Freunde, die das überwiegend nicht als irgendein Problem sehen. Gut, ich habe einen Kumpel, der ist da ein bisschen, ich sage mal, extrem, was die Meinungen über, in Anführungsstrichen, Gamer angeht. Und der sieht auch heutzutage es als kindisch an, wenn man, keine Ahnung, über Digimon redet oder sowas. Und das ist okay. Ich brauche nicht immer jemanden, der sagt, das ist alles okay, was ich mache. Ich brauche auch nicht, keine Bestätigung dafür, also ich muss mich jetzt nicht ändern, um mich dieser Person anzupassen. Dafür finde ich persönlich dann zum Beispiel auch Dinge, die diese Person ganz toll findet. Zum Beispiel Politik, höchst langweilig. Und beziehungsweise teilweise auch kindisch, wenn man drüber nachdenkt, was so manche Diskussionen angeht. Und dementsprechend, ja, haben wir da einfach unterschiedliche Meinungen. Und es kann aber trotzdem funktionieren. Der engere Freundeskreis jedoch, der der, sage ich mal, öfter mit mir zu tun hat, generell, da habe ich eigentlich noch nie eine große Hürde drin gehabt. Und deswegen bin ich damit auch sehr glücklich und zufrieden damit. In meiner Schulzeit wurde ich deshalb nie gemobbt. Oder es war zumindest nicht der Grund, weshalb ich gemobbt wurde. Es gab einen Bezug, der aber nur Teilsbezug war, der aus einer Lüge meiner Ex bestand, die quasi Mobbing verursacht hatte, innerhalb einer meiner Ausbildungen, also Schul-, also Studiengänge. Das war nicht schön, aber das kann ich schwer dazu zählen, weil das nur eins von vielen einfach war. Also hier wurde eine Lüge aufgetischt, die jenseits von Gut und Böse war, die mir quasi diese ganze Schulzeit versaut hat. Und ich dann auch nicht mehr hingegangen bin, weil, ihr wisst es, ihr könnt es euch vielleicht denken, gibt es so ein paar ganz schlimme Sachen, die man jemandem an den Hals hängen kann, ohne dass es passiert ist. Und dagegen kann man sich, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, sich groß zu wehren, oder wenn man, ich sag mal so, ich war damals auch noch ein teils anderer Mensch als heute. Heute bin ich wesentlich standfester in meinen Meinungen, wesentlich standfester in meinen Argumentationen, beziehungsweise in dem, was ich, also ja auch, wie ich mich gebe und wie ich auch kontern kann, wenn mir jemand blöd kommt. Damals war ich eher noch mehr in der Kategorie, lasst mich alle in Ruhe, ich möchte gar nicht mit euch diskutieren, ich sehe eh keine Chance, dass ich gewinne. Letzten Endes war das eine gute Entscheidung, dennoch, weil ich hätte auch nie gewinnen können damals. Aber zu sagen, dass der Grund, dass das quasi mit Anime, Manga und so zu tun hat, nur lose. Es ist das übliche, oder das war das übliche Gewäsch, dass man ein großes PDF-File ist, wenn man, ja, generell Anime, Manga mag. Da gab es ein paar sehr, also sehr viel ignorante Leute, auch teilweise Leute, die Anime zum Beispiel geschaut haben, aber die waren aus irgendeinem Grund besser als ich. Ich weiß nicht warum. Ich habe zur damaligen Zeit überwiegend Fighting-Shown angeguckt. Ich bin mir da in keinster Form in irgendwas schuldig. Vielleicht war es Lafina. Das ist halt natürlich Hardcore dann. Aber ja, so ist es halt. Ich kann auch die Vergangenheit nicht ändern. Ich weiß aber eben halt, dass solche Leute, sobald ich realisiere, dass Leute so drauf sind, dass ich einen großen Bogen um diese Leute mache und mit denen gar nicht erst diskutiere. Aber darüber, wie gesagt, soll es nicht gehen, weil das war, wie gesagt, nur ein kleiner Teil und der wurde einfach nur nochmal zusätzlich aufgebauscht. Also das war nicht der eigentliche Grund. War nicht schön, aber das war nicht der eigentliche Grund. Deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ich in der Schule groß Probleme mit hatte. Wir haben in der Schule damals, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Realschule nehme, haben wir sogar Lafina gelesen während der Pause, bevor der Sportunterricht beginnt. Da haben Leute natürlich auch mal reingeguckt oder gesehen und mal ein paar Fanservice-Szenen gesehen oder sowas. Aber das war bei uns ganz chill. Niemand wurde da blöd angegangen. Also ich kann wirklich sagen, trotz alledem, ich glaube, diese Klasse, die ich da hatte, auch wenn ich jetzt nicht so ein Bindungsmensch bin, also ich habe meine Kumpels, die habe ich schon seit, ich denken kann, schultechnisch. Aber ich bin nicht so immer, ich bin nicht die Person, die sich so sehr an eine Klasse bindet. Ich bin halt Teil davon für ein paar Jahre und danach ist für mich meistens Schluss. Und die, die wirklich quasi mir was bedeuten, die bleiben dann halt hängen und der Rest ist halt, ja, nette Bekanntschaften oder teilweise sogar aus dem Augen, aus dem Sinn. Ihr kennt das vielleicht alle von euch. Und dennoch kann ich sagen, trotz dieser Einstellung, sage ich mal, die vielleicht jetzt nicht jeder unbedingt sympathisch finde, aber so ist es nun mal bei mir, ist es so, dass ich eigentlich dankbar bin für diese Klasse und auch für diese Schule, weil ich, wie gesagt, in dieser Kategorie nie Probleme hatte. War vielleicht auch noch eine andere Zeit, wer weiß. Aber ja, das war es auf jeden Fall nicht. So, über was ich eigentlich aber sprechen möchte, der ist meine Familie. Zugegeben, wir lassen es gleich vorne raus, meine Brüder sind nicht sehr angetan von der ganzen Anime-Thematik. Mein Bruder hat irgendwann, also mein einer Bruder, mit dem ich eine schöne Kindheitserinnerung verbunden habe, als wir gemeinsam in den zweiten Pokémon-Film gegangen sind und er mir damals gesagt hat, dass er überrascht war, wie schöne Elemente da teilweise drin waren, wie dass die Bösen irgendwie den Guten gemeinsam helfen, weil das ums Ende der Welt geht und so weiter und so fort. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe auch mit meinem Bruder immer sehr gerne Pokémon Stadium 2 oder 1 im Multiplayer gespielt. Aber irgendwann war er irgendwie, ich weiß es nicht, ich weiß manchmal nicht, was da die Menschen verändert, warum es dann jetzt auf einmal nicht mehr, also dass man es nicht mal mehr zugeben kann, dass man das getan hat oder so. Ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht dahinter. Ich weiß nicht, was ihm da erfahren ist. Vielleicht fühlt er sich da nicht männlich genug oder weiß, weiß ich. So schätze ich meinen Bruder zumindest ein, meinen einen. Aber so ist es nun mal. Da kann man auch nichts gegen tun. Und that's it. Da, also da versuche ich auch nicht groß ihn irgendwie zu überreden oder sowas. Er mag das nicht. Er wird das nie mögen. Punkt. Mein anderer Bruder ist da im Grunde genauso. Der ist einfach, ja, generell nicht interessiert an den Sachen. Der hat ähnliche Einstellungen wie viele im Internet. dass eben halt diese Anime-Charaktere für ihn alle viel zu jung aussehen und dass ihnen das irgendwie unbehaglich ist und er ist aber auch aus einer anderen Generation. Ich muss dazu sagen, ich bin das dritte Kind. Meine Brüder sind fast doppelt so alt wie ich. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Aber man kann so grob rechnen. Und das ist dann halt einfach so der Punkt, ja, ist eine andere Generation, ist eine andere Ansicht. Und die haben halt damals keinen Uruzuki Doji oder sonst was gesehen. Das war für die, das haben die halt irgendwie nicht erlebt. Das haben die nicht konsumiert. Die, die haben andere Sachen konsumiert. Viel Hollywood-Kram und so und da gehen die halt auf. Und Anime ist für die überhaupt nicht interessant. Für meinen einen Bruder, der liebt, also die gucken Disney-Filme an und dann habe ich gesagt, hey, ihr könnt doch mal, kennt ihr Chihiro's Reise ins Zauberland? Weil ich gedacht habe, wow, wenn sie Disney-Filme mögen, dann kennen sie vielleicht auch irgendeinen Ghibri-Film. Nee, sagt nix. Und dann habe ich es gezeigt und habe gesagt, ah, ist so ein Kram aus Japan. Nee, sowas gucke ich nicht. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, so viel Unterschied, finde ich, ist gar nicht mal so sehr, also qualitativ ist für mich ein Ghibri immer besser gewesen bisher. Aber das ist halt auch meine persönliche Meinung. Warte, mein Feeling, was das angeht, da ich nicht so der größte Disney-Fan bin. Aber dem nicht mal eine Chance zu geben, finde ich irgendwie, ja, fand ich schon immer irgendwie enttäuschend. Aber, ey, so ist es eben. Es sind trotzdem meine Brüder. Ja, ich habe sie trotzdem lieb. Aber es ist halt, ja, da war jetzt nie so viel Support dahinter. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem, wenn ich mir zum Beispiel irgendwas wünsche, wie zum Beispiel Cat's Eyes, die zweite Blu-Ray-Box, dass ich die nicht zu Weihnachten bekomme, wenn ich mir die wünsche. Also da sagen meine Brüder nicht, nee, das unterstütze ich nicht. Okay, fairerweise, das war genau die Aussage, die einer meiner Brüder mal getätigt hat. Nee, das unterstütze ich nicht. Und, äh, ja, das war dann immer so ein bisschen, hm. Da hat man sich schon komisch gefühlt, ne, dass es so ausgegrenzt wurde irgendwie. Und dann hat man immer Zeug bekommen, wo man sich gedacht hat, yay. Aber, aber, ich, aber ich mag überwiegend wirklich halt Japano-Kram. Ihr könnt mich jetzt nicht mit irgendeinem westlichen Kram groß abholen, ne. Ich hab irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel es war. Ähm, ich hab irgendwann mal ein, 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 ah, Dings hier. Dings, wie heißt das nochmal? Ich hab, äh, Resident Evil, nee, was, nee, Silent Hill. Silent Hill, den Teil, der, äh, von Amerikanern gemacht wurde. Also nicht der, der von Japanern. Es gibt da so ein Spin-Off oder sowas und das wurde, äh, von Amerikanern gemacht und man, so sieht's dann auch aus. Äh, das hab ich bekommen und ich fand das so grottig. Ich hab da, ich hab da gar nicht, ich weiß nicht mal mehr den Namen. Kann es sein, dass da irgendwie, das war, glaube ich, du warst irgendwie in die Rolle, in die, bist in die Rolle von einem Trucker geschlüpft. Wo ich einfach nur gedacht hab, ah ja, geil, äh, Klischee, amerikanischer geht's was nicht. Und das hab ich dann geschenkt bekommen. Und ich glaub, irgendein anderes, äh, Spiel hab ich auch mal geschenkt bekommen. Ähm, und ja, irgendeine Serie, die mich nicht interessiert. Und, äh, das haben sie dann irgendwann, also, ne, ich hab jetzt nix gesagt, aber ich glaub, die haben es dann irgendwann gecheckt und haben dann gesagt, komm, äh, das ist doch Quatsch, wir schenken dem Bruder das, was er auch sich wünscht. So mach ich's ja auch. Ich sag ja auch nicht, mh, das sagt mir nicht zu, das schenke ich nicht. Aber das war tatsächlich mal ein Ding. Das, das muss man fairerweise sagen. Also, ich bin da offen mit euch. Das muss man fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind meine Brüder, ich hab sie trotzdem lieb. Ähm, auch wenn sie mein Hobby jetzt nicht wirklich teilen können. Wer aber mein Hobby sehr unterstützt hat, im Laufe meines Lebens, sind meine Eltern. Meine Eltern sind die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Ich hab noch nie dermaßen, also, ich hab schon als Erzieher viel Eltern miterlebt. Und natürlich sind Eltern immer toll. Fast immer. Aus der Sicht der Kinder. Erstmals. Und später, finde ich, je älter man wird, lernt man seine Eltern noch mal mehr respektieren. Oder man analysiert noch mal bei sich selbst. Hab ich was falsch gemacht? Kann man da noch was retten? Ähm, und so weiter. Gerade die Jugend, ne, die Pubertät und so weiter ist nicht immer einfach. Wenn der Job kacke ist, dann ebenfalls. Dann lässt man es an den Eltern aus, an die, die es am allerwenigsten verdient haben. auch da bin ich, da war ich schon drin. Aber ich denke, das ist oftmals normal und irgendwann, wie gesagt, realisiert man das und denkt drüber nach und realisiert dann, ha, war vielleicht doch nicht ganz cool, ne? Meine Eltern sind eigentlich immer für mich da gewesen, ob Mutter, ob Vater. Und dementsprechend realisiert man das irgendwann, wenn man älter wird. Und auch, wie Eltern sich verändern, wenn man irgendwann selbstständiger wird, ist auch etwas, was sehr stark auffällt. Und eine Sache, die mir immer wieder, immer wieder ins Gedächtnis kommt, und ich hab das, äh, gestern, glaube ich, erst auf, äh, x-Twitter geschrieben. Weil es ging ein bisschen darum, oder die Argumentation hab ich auch öfter mal irgendwo mit gehört. Ich mein, ich kann's schon verstehen, so ist es nicht, aber, ähm, hier das neue Spiel, äh, was bald rauskommt, Stella Blade, äh, da hieß es, da hat einer auf Englisch geschrieben, wenn ich ein Spiel nicht vor meiner Mutter spielen kann, dann möchte ich's nicht. Aber, also, also, dann lehne ich's ab. Das ist, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist, oder, das weiß man im Internet teilweise nicht. Es gibt auch genug Psychopathen da draußen, das glaube ich mittlerweile halt auch genauso. Aber, das, das war einfach, ja, das war seltsam, weil ich, aber dann musste ich direkt wieder an meine Eltern denken, und an mehrere Situationen. Und eine davon ist eine, die ich, glaube ich, schon öfter mal auf dem Kanal erzählt habe, und ich, ich werde sie immer wieder erzählen. ich habe damals auf der, ne, RTL 2 geschaut, nach der Schule, und da kam immer, ich glaube, vormittags dürfte es gewesen sein, oder kurz nachdem man von der Schule dann nach Hause kam, lief Ranma 1,5. Und damals, meine werte Freunde da draußen und alle, die noch Brüde werden wollen, ähm, gab es, ähm, also Ranma 1,5 im Fernsehen auf RTL 2, und es gab dort Nacktszenen, natürlich, ne, also meistens komödiantisch, aber auch dadurch inszeniert, weil Ranma, also der Hauptprotagonist, sich ja ab und zu in Mädchen verwandelt, und, ja, aber eigentlich halt ein Junge ist und auch die Attitüde hat und meistens eigentlich auf sein Aussehen oder auf sein, ne, ob er jetzt dann nackt rumrennt oder so weiter, das interessiert ihn nicht, er wird dann meistens von anderen Damen zurechtgestutzt, äh, dass man so nicht rumlauft, aber ihm ist es per se egal, weil er wird halt als Kerl das mehr oder minder halt, ne, Boxershort an und Oberkörper frei, das ist man halt als Kerl überwiegend gewohnt, sag ich mal, als Frau sollte man das vor allem in der Öffentlichkeit erst recht nicht so unbedingt machen, also, es gibt halt Orte dafür, ne, aber jetzt so auf der Straße rumlaufen muss vielleicht jetzt nicht unbedingt sein, wisst ihr, was ich meine? Und, ähm, und, da, wie gesagt, da hat man dann auch schon mal Brüste gesehen und zwar richtige Brüste mit, mit den Spitzen, äh, mit den Erdbeertörtchen oben drauf und, der Punkt ist, das war für uns als Kinder natürlich ungewohnt und es war auch so ein bisschen so, mach ich hier gerade was Verruchtes, aber es lief ja ganz normal im Programm und niemand hat das damals als groß schlimm wahrgenommen, tatsächlich, das war, das ist das Interessante dran, niemand hat da gedacht, unsere Kinder werden dann, keine Ahnung, kriegen Trauma, wenn sie die Erdbeertörtchen sehen, und, ja, und dann war das eben halt so, dass ich das geguckt habe und eines Tages, meine Mutter hat mich überwiegend in Ruhe gelassen, ich war in meinem Kinderzimmer oder Präjugendzimmer und meine Mutter hat mich meistens allein gelassen, die, die hat ihr Ding gemacht, ich hab mein Ding gemacht, das war, meine Mutter hat sich natürlich gerade in der Kindheit sehr viel um mich gekümmert, generell um uns drei und mein Vater war immer arbeiten, so hat's halt meistens, so ist es halt abgelaufen und ich saß dann eben meistens so vorm Fernseher, hab ein bisschen RTL 2 geguckt, hab dann Hausaufgaben gemacht und dann hab ich Videospiele gespielt oder bin raus, also bei mir war immer so ein Misch, mal bin ich raus oder mal hab ich Videospiele gespielt, meistens wenn schönes Wetter war und die anderen Kumpels Bock hatten, dann hat man draußen gespielt und wenn nicht, hat man halt Fernseher geguckt. Das hat sich ein bisschen verschoben irgendwann, weil meine Kumpels irgendwie unten alle nur noch in der Stadt waren und nicht mehr im eigenen Dorf, weil ich damals eben halt von der Grund- in die Hauptschule ein Jahr und von der Hauptschule dann weg bin und dann hatte ich keine, in Anführungsstrichen, Freunde mehr im Dorf, was eine gute Sache ist, weil es waren nicht wirklich Freunde, sondern hab meine immer noch aktuell besten Freunde in der Realschule dann kennengelernt und das war so die Zeit, wo es dann so ein Mix war, wo ich dann auch viel zu Hause eben halt saß, weil man nicht immer so viel in die andere Stadt getuckert ist oder teilweise auch nicht immer ging und da hab ich eben halt viel Fernseher geguckt. Das war so meine Ära, wo ich viel, viel Fernseher geguckt hab und da hab ich eben halt RTL 2 geguckt, Ranma 1,5 und es war dann wirklich so ein bisschen so, uh, mach ich was Verruchtes hier und meine Mutter hat mich überwiegend alleine gelassen, kam dann aber irgendwann eines Tages rein. Bam. Mach die Tür auf, wollte von mir irgendwas und in dem Moment und ich, als wär's gestern gewesen, war folgende Szene, wer's vielleicht noch kennt, Ranma in weiblich, also Ranma hat gebadet, war im Bad, wird durch das Wasser natürlich, verwandelt sich in die weibliche Ranma und in dem Moment will sie gerade die Tür aufmachen und Akane, das Mädel, das da unter anderem lebt, taucht ebenfalls auf und die will auch baden und macht eben halt diese Tür auf und beide stehen voreinander, wie Gott sie schuf, nur im blöden Fall von Akane ist es halt, dass Ranma eben halt den eigentlichen Kerl ist und er sie da, das war der erste Moment, wo sie sich komplett Nackedei gesehen haben, beide, oder ich glaube zumindest er sie und dann kriegt er eine geklatscht. Das ist, finde ich, eine sehr ikonische Szene, so stumpf die auch ist, aber sie ist sehr ikonisch, weil sie in meinem Gedächtnis einfach geblieben ist und in diesem Moment sieht man bei beiden, wie gesagt, die Erdbeertörtchen und meine Mutter kam dann rein und ich dachte, oh, jetzt ist alles vorbei. Wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, ist das jetzt, ich meine, das läuft im Fernsehen, ist das jetzt schlimm oder nicht und meine Mutter hat es gesehen, hat es dann noch ein bisschen länger angeguckt und hat dann gesagt, ach, die ist aber hübsch, die ist aber hübsch und hat dann irgendwas gemacht in meinem Zimmer und war ganz normal und ist wieder gegangen und dieser Moment werde ich nie vergessen, diesen Moment werde ich nie vergessen, weil meine Mutter hat damit überhaupt kein Problem gehabt, die hat nie ein Problem gehabt, gehabt. Ich habe später mit ihr, weil sie das, sie kannte das gar nicht, ne, und für sie war Anime und Manga viel kindlich, kindisch, auch japanische Videospiele waren für sie überwiegend so kindisch und sie hat, ich weiß noch, wie sie dann meine Kumpels gefragt haben, spielt ihr auch so was oder findet ihr das zu kindisch? und dann haben sie irgendwie so so irgendwie geantwortet, so kein, kein ganzes, nix halbes und das war dann für mich ein bisschen so, das war ein bisschen unangenehm, weil das dann so rüberkam, wie, ja, der spielt halt noch Kinderkram, aber dann wiederum habe ich auch gedacht, ja, weißt du was, also, es war ein bisschen unangenehm, gebe ich zu, aber auf der anderen Seite war es dann auch so, I don't care, ich habe einfach, ich habe Spaß damit, ist mir egal, Spaß ist mir wichtiger als alles andere, war damals schon, mein Motto und irgendwann, irgendwann habe ich mal so eine, nicht eine Demo-CD, sondern so eine, ich weiß gar nicht, ob es die Animania war, kann sein, muss nicht, kann sein, nee, nee, es war Anime House, Anime House hatte wie so eine Demo-CD und da war die erste Folge Lafina drauf, die habe ich immer noch, die habe ich immer noch, irgendwo habe ich die noch und auf dieser DVD, oder CD war die, äh, Lafina-Folge drauf, die erste, die Anime-Folge und die habe ich mit meiner Mutter angeguckt und meine Mutter hat sich beömmelt, die fand es so lustig, die hat es richtig geliebt, die fand Kei Taro klasse, hat sich den Protagonisten, er hat gesagt, der sieht ein bisschen aus wie du, er so, ja, ja, nach was sehe ich denn sonst noch aus, Harry Potter, ich sah aus wie Harry Potter angeblich mal, äh, ich sah aus wie, äh, hier Kei Taro, ich sah immer, meine Mutter hat immer irgendjemand gefunden, wenn es irgendein Moderator im Fernsehen war, oh, der sieht ja auch ähnlich und ich gucke den an und denke mir, na, Null, aber, ja, so war das und, äh, die hat, sie fand es so toll und die, die mochte die Mädels und die fand es lustig und, ähm, die Edgy-Szenen, sag ich mal, hat sie gar kein Problem mit gehabt und das war so der Moment, also da war ich auch noch ein bisschen älter, noch ein bisschen älter und da habe ich irgendwann so realisiert, hey, ich muss mich nicht schämen, ich muss, ich hab kein, muss keine Probleme haben, ich muss kein, keine Angst haben, dass ich in Anführungsstrichen erwischt werde, wenn ich sowas angucke, ist doch perfekt und, meinem Vater war eh alles scheißegal, das ist, der hat, der hat immer so, dem sein Motto war, guck an, was dich interessiert, mach ich genauso, Punkt aus, es war dem völlig wurscht, war dem völlig wurscht, also natürlich klar, ähm, man hat schon ein bisschen auf die Altersfreigabe geachtet, ne, bei bestimmten Filmen hat man dann das vorher mal abgesprochen, ob das so, ja, auch mal meine Brüder gefragt, ja, kann er das wirklich gucken oder ist das noch, noch ein bisschen zu krass, so Sachen, äh, wurde dann, äh, wurde dann vereinbart, weil wie gesagt, ich war der Jüngste, ich bin immer noch der Jüngste, hat sich ja nichts geändert, äh, aber das war dann, so, das war dann meistens so, ging dann in diese Richtung, aber überwiegend war meinem Vater das egal, guck was du willst und das habe ich dann auch gemacht und dafür bin ich meinen Eltern wirklich dankbar die haben sich nie über mein Hobby lustig gemacht meine Mutter findet noch heute einer der interessantesten Aspekte meines Hobbys die Animefiguren weil sie selbst Figuren liebt immer im Italienurlaub haben sie immer so Kunstskulpturen meistens weibliche gekauft und in der Wohnung aufgestellt so als Andenken meine Mutter fand diese Figuren schon immer toll und meine Mutter ist jetzt nie hier lesbisch bi gewesen oder sowas und hat aber immer die Meinung gehabt natürlich gibt es attraktive Männer aber so in Skulpturform so als Kunstaspekt findet sie weibliche Körper einfach ästhetischer das ist so einfach ihre Wahrnehmung wie gesagt es ist jetzt nicht so wie ich dass ich sage ich sehe da noch ein bisschen mehr drin als nur Kunst also die Körper sind auch meistens attraktiv gefällt mir dann halt auch noch mal als Mann noch mal ein bisschen extra da hin zu gucken das ist bei meiner Mutter halt nicht der Fall aber sie findet halt der Kunstaspekt das ist ihr Verständnis davon beziehungsweise ihre Meinung halt dass sie das irgendwie ja ansehnlicher findet und gut fairerweise muss man sagen im Anime Manga Game also gerade was Figuren angibt gibt es natürlich auch attraktive männliche Figuren ja das gibt es in der Form vielleicht eher weniger da kannst du dir irgendwie so einen so einen griechischen Halbgott irgendwie hinstellen der sieht ganz nett aus aber der hat natürlich vom Attraktivitätsgrad her keine Chance gegen irgendwelche Hasbandos da draußen in Figurenform und das kennt meine Mutter jetzt nicht so sehr außer meine Sanji-Figur zum Beispiel die sie super findet weil sie Sanji liebt also die hat ich sehe jetzt keinen One-Piece-Fan oder sowas aber die findet Sanji enorm attraktiv und dementsprechend ja und unter anderem auch weil Sanji sie an meinem Vater erinnert weil mein Vater ist auch Koch gewesen oder ja also Koch doch gewesen kann man schon so sagen und das macht es für sie nochmal irgendwie interessanter also sie hat da auch so ihre Art wie sie da was drauf projiziert aber generell ihre Liebe zu diesen Figuren zu diesen Skulpturen die war schon irgendwie immer da nur nicht so ausgeprägt und deswegen jedes Mal wenn sie mich besucht versucht sie herauszufinden ob ich eine neue Figur habe das hat mich teilweise auch oftmals dazu befeuert immer mal wieder eine neue Figur zu kaufen weil ich es einfach auch irgendwie schön fand die Reaktion zu sehen also wenn meine Kumpels reinkommen die gucken sich um und das bleibt dann kommentarlos das ist auch nicht schlimm ich brauche auch nicht jedes Mal einen Kommentar dazu oder sowas es geht nur darum dass meine Mutter da irgendwie die ist so herzlich und die hat die hat so viel Spaß daran und sagt oh ist die neu die kommt mir aber noch nicht bekannt worden die hattest du letztes Mal noch nicht gell die sieht richtig toll aus einfach dass man auch so ins Gespräch kommt wie gesagt meine Mutter ist jetzt kein Anime-Fan oder sowas aber die mag das einfach die hat da auf dieser Skulpturen-Basis sozusagen da sind wir irgendwie ähnlich auf einer Linie ja mein Vater ja wenn es gut aussieht sieht es gut aus der ist da simpel ist halt wirklich simpel und eine Sache die ich auch nie vergessen werde ist ich weiß gar nicht bei welcher Figur es war es war auf jeden Fall eine Figur mit Glocken mit großen Glocken und meine Mutter hat es dann ist da so durchgegangen und hat da so zwei drei Figuren gesehen die ihr wisst ja ihr kennt ja meine Vorlieben da gesehen und dann hat sie gesagt oh du du magst es aber auch groß bei dir müssen die Knödels aber auch groß sein und so boah schon große Knödels sind schon was Feines und dann meinte meine Mutter du kommst direkt nach dem Vater oh Ton du kommst direkt nach dem Vater der war damals der war damals auch so der mochte es auch der hat es auch geliebt je größer desto besser gut ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen äh also ich ich weiß wie sie es meint ähm und dieser Satz einfach dieses ah du bist wie dein Vater so der hatte ja die große Knödels auch immer gemocht und ich dachte mir mhm okay das ist ein bisschen seltsam sich das anzuhören aber why not und so äh Gespräche gibt es äh zwischen ähm uns also mir und meinen Eltern öfter mal ich bin nämlich der Sohn der da am wenigsten Probleme hat mit meinen Eltern über sowas zu sprechen das liegt eben halt auch daran weil sie mir von vornherein signalisiert haben ist nix wildes ist nix schlimmes es hat natürlich seinen Platz und seinen Ort ne das muss nicht jederzeit überall sein da hab ich ja auch schon mal gesprochen äh hab einen Podcast gemacht zum Thema Edgy Talk in der Öffentlichkeit ich find nämlich viele Leute auch sehr peinlich die im Anime Manga Fandom sind die da irgendwie meinen sie müssten da irgendwie lauthals drüber sprechen oder denken aber selbst auf einer Anime Manga Con klar gehört es da in einer gewissen Form hin aber es ist immer das wie ich hab immer oft das Gefühl dass Leute irgendwie so ein bisschen so die Stimmung den Raum nicht so lesen können und so ein bisschen taktlos sind und das oftmals auch nicht böse meinen aber dadurch dann einfach ein bisschen creepy oder seltsam rüber kommen und ich denk mir halt immer ah bevor ich sowas mache dann mach ich's lieber nicht weil das ist einfach für alle angenehmer und für mich auch also da bin ich ehrlich klar würd ich öfter mal vielleicht so ein Joke machen oder sowas aber ich denk mir dann immer äh äh lies den Raum guck dir die Leute an und mach dann vielleicht erst deinen Joke wenn du wirklich das Gefühl hast das funktioniert bei denen anders schwierig finde ich persönlich deswegen ähm bin ich da so ein bisschen ruhiger was so Öffentlichkeit angeht aber wie gesagt da hab ich einen eigenen Podcast zu gemacht könnt ihr gerne gucken Edgy Talk in der Öffentlichkeit heißt das Ding glaube ich ist auch eine Monologie aber ja meine Eltern waren einfach schon immer sehr ja pro Support die haben mich nie irgendwie dumm angemacht wegen meinem Hobby die haben mich nie beschämen lassen ja oder die haben auch nie irgendwie drüber gesagt wenn sie mich in Anführungsstrichen erwischt haben sozusagen das das wurde nie nach außen getragen und alles also da hatte ich einfach komplettes Vertrauen als Kind dieser Eltern und das hat schon meinen Werdegang ein Stück weit geprägt nicht nur in dem was ich mag sondern auch wie ich es bespreche wie ich es thematisiere und so weiter und so fort ja ich finde schon in der Erziehung ist zu großzügige Offenheit über sexuelle Themen nicht gut da bin ich ehrlich da bin ich auch komplett dagegen es gibt Leute die meinen nur weil sie horny dauerhorny sind und weil sie das nicht so schlimm finden muss das jetzt das das Kind auch quasi mitbekommen ich finde zum Beispiel auch FKK Eltern das ist finde ich für mich ein absolutes Unding da hört mein Verständnis dann generell komplett auf weil ich finde das auch sehr creepy ehrlich gesagt weil da erwachsene Menschen fremde Menschen auch wenn es bekannte sind für die Kinder sind es trotzdem fremde Menschen da irgendwie sind und nee das ist einfach das war schon immer für mich ein gruseliger Gedanke es wird immer einer sein es ist da komme ich nicht weg von da komme ich einfach nicht weg von meine Eltern waren so gar nicht die waren auch sehr dagegen und haben auch wirklich aufgepasst wie und was sie sagen natürlich gab immer mal wieder Schmuddelhumor das war in unserer Familie schon eigentlich schon immer gewesen vielleicht kommt daher auch meine meine große Leidenschaft was den Schmuddelhumor angeht dass ich da irgendwie sehr viel lachen kann drüber weil unsere Familie generell so ein bisschen drauf ist an manchen Stellen und gerade wenn Familienfeste sind oder so wird da doch hier und da gerne mal ein Joke drüber gemacht aber wie gesagt irgendwie war das halt immer nur auf Humorebene und nie so es gibt gerade im Internet so gibt es da Eltern die das die ganz komische Sachen vor ihren Kindern sehr seltsam verteidigen dem Internet gegenüber und ich denke mir immer nur so es gibt einfach gewisse bei einem ab einem gewissen Alter kann man das vielleicht irgendwann mal mehr thematisieren oder ansprechen und versuchen zu normalisieren auch weil es ist natürlich alles natürlich irgendwo und wir Menschen haben unseren Trieb und so weiter das ist jetzt ja also es sei denn du bist irgendwie krank und irgendwie in deinem Körper ist irgendwie eine Funktion nicht richtig und so weiter da kann ja niemand was dafür aber ansonsten wie die Norm die Norm die wahrscheinlich sehr viele Menschen der Welt ausmachen die haben das halt nun mal und dass man das irgendwann thematisiert und sinnvoll thematisiert und so weiter ist auch völlig in Ordnung nur manche machen das bei Kindern sehr sehr früh und das hatte ich nicht das hatte ich gar nicht ich hatte eine normale Kindheit ohne ohne den ganzen Kram und meine Eltern haben dann erst irgendwann als ich älter war mal so ein bisschen damit begonnen beziehungsweise habe ich es dann auch irgendwann so ein bisschen gerallt aber ich kann euch auch sagen damals als ich die Erdbeertörtchen von Ranma gesehen habe oder von Akane da war Interesse da aber so richtig was mit anfangen konnte ich da noch nicht so wirklich also grob halt ich wusste schon dass es jetzt wahrscheinlich attraktiv ist und dass das den und den Grund hat aber ich konnte das irgendwie nie so richtig zu dem Zeitpunkt halt wahrnehmen ich habe es einfach gewusst aber ich wusste schon dass das vielleicht auch eine Sache ist wo man jetzt nicht unbedingt in Anführungsstrichen erwischt werden möchte warum weil wir quasi damals erzählt bekommen haben dass solcher Inhalt und brutaler Inhalt und Horror alles für Erwachsene ist und nicht für kleine Kinder und das hat sich halt in meinem Kopf abgespeichert und als ich dann diese Szene gesehen habe habe ich gedacht oh bitte oh Gott das ist ja darf ich das sehen aber das kommt doch hier bei RTL 2 aber das das müsste doch eigentlich klar gehen aber wenn jetzt meine Mutter reinkommt und da hatte ich so Angst und als das dann alles rum war dann dachte ich mir so schlimm war es gar nicht meine meine Eltern waren da einfach viel also super super äh unterstützend in 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 jeglicher Hinsicht die haben auch nicht gemeckert wenn ich Taschen mein Taschengeld dafür benutzt habe und mir eine DVD Collectors Box meine erste DVD Box oder besser gesagt meinen ersten Anime gekauft habe die DVD Collectors Box mit Volume 1 von Comic Party das war meine erste DVD weil ich die damals auf Vox gesehen habe die ein, zwei Episoden und ich fand das so toll und ich wollte es haben dann bin ich in die nächstgrößere Stadt gefahren in so einen Comic Shop und der hatte viel Anime und Manga Kram und da ging es dann los das war dann so der Punkt wo ich dann Geld hatte und ich konnte überlegen ich habe zuvor immer viel Geld für Videospiele ausgegeben aber dann kam dieser Punkt wo ich gesagt habe ich möchte jetzt ich möchte diesen Anime jetzt da von meinem Geld kaufen und meine Eltern haben es immer zugelassen kauf was du möchtest ich habe Warcraft 3 gekauft weil ich es toll fand ich war noch nicht 12 war damals noch nicht so ein Problem ich glaube ich war ich war 10, 11 oder sowas aber die Kassiererin oder so hat da nicht geguckt war aber egal ich habe es einfach gekauft Warcraft 3 und Frozen Throne ach herrlich das war nach Zeiten oder sowas wie Battlefield Vietnam theoretisch hätte ich es nicht spielen dürfen meine Mutter hat es sich angeguckt hat mich gekannt wusste wie ich drauf bin und hat es erlaubt die mag das nicht die mag Schießerei und so weiter nicht aber eine Sache die sie auch mir schon immer signalisiert hat und auch irgendwann eben halt bestätigt hat ist dass sie gesagt hat ja Jungs sind nun mal anders sie findet das nicht toll das wäre nie was für sie gewesen das heißt nicht dass Mädels oder Frauen da jetzt nicht ne darum geht es nicht es geht nur darum dass sie einfach realisiert oder schon immer realisiert hat dass es einfach einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt Junge und Mädchen und irgendwann bestimmte Interessen anders verlaufen als Kind ist es immer so als Kind ist es immer so ein Mischmasch ich habe als Kind Puppen gehabt und habe mit denen gespielt ich war Vater von zwei Puppen von Zwillingen ja es wäre lustig wenn ich irgendwann mal in Zukunft Vater werden würde und ich würde Zwillinge bekommen dann würde ich wirklich wirklich lauthals lachen weil das wäre es fühlt sich an fühlen wie Schicksal diese aber ich habe die Puppen verkauft auf auf Flohmarkt das war vielleicht dann ähm naja egal auf jeden Fall ich habe mit Puppen gespielt hatte gar keine Probleme mit äh in der Mutter-Kind-Kur hatten äh manche Mädels auch äh Polly Pocket kennt ihr das noch? diese kleine Mini-Welt die man so in so einer Tasche hatte oder in so einem aufklappbaren Plastik-Ding und da war da wie so eine kleine Welt drin ich hatte sowas von Star Wars so quasi so ein Mini-Todesstern und die anderen hatten halt äh Polly Pocket und anstatt halt zu sagen äh haben wir halt einfach weil wir eh zusammen gespielt haben haben wir einfach das zusammengewürfelt und haben irgendwie Polly Pocket X äh Star Wars draus gemacht und es hat irgendwie funktioniert und Spaß gemacht ich hatte da nie ein Problem mit ich habe da auch nie drauf geachtet es ist männlich es ist weiblich blablabla und ich denke als Kind macht man es auch nicht so intensiv es sei denn man kriegt es eingetrichtert ne dass man dass man dann darauf achten muss aber ansonsten als Kind interessiert es nicht aber meine Mutter hat irgendwann mal später einfach realisiert hey die Interessen sind anders ne der Junge interessiert sich jetzt fürs weibliche Geschlecht der Junge interessiert sich ein bisschen für für Krieg ballaballa peng peng ist halt einfach so das ist ne man hat dann schon früh angefangen mit Cowboy und Indianer spielen das war irgendwie immer cool ne als Cowboy war es cool hat man eine Knarre gehabt als Indianer war es cool hat man irgendwie einen Ball gehabt und cool Hut ich war ja immer ein bisschen mehr Team Team Indianer muss ich fairerweise sagen ich fand die irgendwie immer designtechnisch cooler aber so generell dieses Kriegsspielen sag ich mal irgendwie war das immer drin und das ist auch auffällig gewesen dass irgendwie Mädels da meistens nicht so Interesse dran hatten aber wie gesagt meine Mutter hat das dann eben halt irgendwann realisiert weil die hatte ja auch Erfahrung schon ne man muss das so sagen ich war das dritte Kind ich hab natürlich auch enorm viel Positives dadurch bekommen weil ich das dritte Kind war wenn du das erste Mal Vater Mutter bist dann bist du nicht perfekt sein da wirst du viele Fehler machen da wirst du viele Dinge vielleicht nicht akzeptieren oder anders und durch die Erfahrung von zwei Kindern die bereits vorher schon da waren hatte ich es in einer gewissen Form schon besser das kann man wohl so sagen ich wurde verwöhnt ich Dinge wurden bei mir viel mehr akzeptiert ich wurde weniger bestraft einfach so Sachen weil meine Eltern anders mit umgehen konnten anders reagiert haben und das ist natürlich durchaus ein Vorteil das kann man so nicht anders sagen aber diesen Vorteil hat mir eben halt dazu gebracht dass ich als Otaku quasi als Otaku quasi sagen kann ich hab mich immer willkommen gefühlt mit meinem Hobby ich wurde nie ausgegrenzt oder es wurde sich nie über mich lustig gemacht oder sonst was im Gegenteil meine Eltern also gerade meine Mutter am meisten hat immer versucht irgendwie Interesse zu zeigen oder zumindest hat sie es einfach hingenommen sie hat nichts hinterfragt keine unangenehme Fragen gestellt oder sonst was irgendwie ja das ist das beste Beispiel war mein ich hab damals wie viele wahrscheinlich ne ich bin ja sowieso so ein Typ ich will alles mal ausprobiert haben was Otaku so machen okay fast alles ich will keine ich will keine 2D-Figur heiraten oder so mit Vertrag und sowas das ist vielleicht das ist vielleicht ein bisschen too much also so ein offizielles Ding oder so also es gibt schon ein paar Sachen die will ich nicht machen okay aber so die typischen harmlosen Dinge die will ich mal machen oder will ich zumindest mal gemacht haben um zu gucken ob es was für mich wäre und einer der Sachen war Dakimakura ich hatte 3 glaube ich 3 Dakimakuras und die wurden auch immer mal wieder also ne die Bezüge wurden ja immer wieder gewaschen oder draußen hingehängt damit sie in der Sonne trocknen oder ein bisschen ausmüffeln und ich finde es einfach immer wieder fantastisch dass meine Eltern da nicht drauf reagiert haben da war da war da war Nacktheit drauf auf diesen Kissen das war nicht irgendwie ne sondern da war richtig da war alles zu sehen und das hat niemanden interessiert meine Mutter hat nichts so gesagt mein Vater hat die rausgehängt als wäre es das Normalste auf der Welt nie was gehört und ja das war einfach das war irgendwie einfach schön so das nach wie vor hat sich das dann immer wieder für mich so immer wieder in so ein paar Fällen immer wieder bestätigt dass ich einfach coole Eltern hab ne dass die da nicht unangenehm werden oder ne wie ich ich krieg das ich hab dir da auch schon andere Stimmen gehört wo Eltern ziemlich unangenehm wurden wo man schon fast sagen kann dass man aus dem dass von den Eltern aus dem Hobby raus gemobbt wurde man muss natürlich sagen meine Eltern waren ab einem gewissen Punkt zum Beispiel in meinem Leben sehr unzufrieden mit mir da ich mich mehr auf alles andere also Hobbys vor allem gekümmert habe und konzentriert habe als auf meinen Lebenswertegang das fanden die nicht cool und das ist auch okay das ist zu Recht so dazu sind sie meine Eltern gewesen äh immer noch immer noch immer noch aber ihr wisst was ich meine damals dazu dazu sind sie halt Eltern dazu sind sie auch da ähm und im Groben aber bis auf das wo ich wie gesagt absolut nachvollziehen kann und was auch legitim ist haben meine Eltern mich immer unterstützt und das ist etwas ja was ich einfach was so wichtig ist was es so unglaublich wichtig ist gerade in der Zeit in der heutigen Zeit wo man als Anime Manga Fan als J-Game Fan sag ich mal immer oder generell mittlerweile auch als Fan von Japan per se immer wieder im Internet quasi konfrontiert damit wird dass es dass das falsch ist und das nicht in Ordnung und das ist böse und das ist schlimm und das ist verwerflich und das ist problematisch und im Internet ey ist es mir also dadurch ist es mir mittlerweile egal weil ich weiß dass in meinem Umfeld die Leute cool damit sind die Leute sind cool damit die Leute wissen Bescheid und die Leute lassen es zu wisst ihr was ich meine ich muss mich nicht verstecken ich muss keine Angst haben sonst was was die Leute im Internet sagen ist mir komplett egal dadurch weil ich brauche keine Bestätigung von irgendeinem Nutzer vorm Rechner in Deutschland in Österreich in in der Schweiz in Amerika in weiß was ich brauche ich nicht ich habe es hier vor meiner Nase in der Realität Internet ist auch in der gewissen Form Realität aber das sind einfach fremde Menschen ich kenne die nicht und warum sollten die Meinungen überhaupt von denen irgendwas für mich wert sein also das ist einfach finde ich genau das ist der auch der Grund warum ich nicht im Internet groß diskutiere weil ich da keinen Sinn drin sehe mit wem diskutierst du denn weiß man selber manchmal nicht so genau ne weil man kennt die Person ja nicht ja und deshalb wollte ich einfach mal irgendwie drüber sprechen ich weiß das war vielleicht ein komisches Thema da wird auch jetzt nicht jeder jede damit irgendwas anfangen können aber ich kann halt sagen ohne den ohne die ich sag mal stille Unterstützung meiner Eltern ohne die Tatsache wie meine Eltern drauf sind dieses 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 Vorbild diese Vorbildfunktion die meine Eltern auch bezüglich dieses Themas einfach an den Tag gelegt haben wie man es meiner Ansicht nach richtig angeht das ist etwas was ich mitgenommen habe und auch mit in die Zukunft nehmen werde und ich hoffe ich werde es irgendwann vielleicht eines Tages sollte ich jemals Nachwuchs haben dass ich da ähnlich reagiere und ja meinem Kind eben halt das ganze zulass ich war auch ich hatte auch eine Metal Phase by the way so mit Nieten Armbänder ja und keine Ahnung Slayer ne da sieht man ja öfter mal irgendwie so so ein paar Satans rumlaufen auf dem Cover und Blut und was weiß ich alles cool alles cool haben die alles hingenommen die wussten die kannten mich die wussten wie ich auf bestimmte Dinge reagiere die wussten einfach dass ich da jetzt nicht kaputt gehe dran oder dass ich da jetzt mich so sehr veränder ne es war einfach nur Musik mit einem gewissen Genre so wie man einfach gerne Filme anguckt mit einem gewissen Genre meine Eltern haben das sofort gecheckt für die war das natürlich bisschen was anderes ne die kannten zwar Kiss aber das war für die das krasseste ACDC und Kiss war für die das das böseste was es gibt so ähm oder vielleicht hier noch äh hier Dinges wie heißt du nochmal ich hab sogar seinen Namen vergessen ist äh ist egal auf jeden Fall gab es dann noch so einen Gruselsänger ich krieg seinen Namen gerade nicht mehr hin peinlicherweise ist egal auf jeden Fall kannten die sowas halt aber sowas wie Slayer jetzt zum Beispiel oder Cannibal Corpse das war halt doch mal allein schon der Name sagt ne ist sagt was Programm ist das das war für die natürlich ein Geschredder und ein Geschrei und das haben die überhaupt nicht geil gefunden oder so aber die haben es zugelassen so ist es halt ne das war mein Hobby das war meine Leidenschaft und das wurde hingenommen sowie auch mein Anime Manga Hobby sowie auch mein Videospiel Hobby so auch wie sämtliche Hobbys die vielleicht noch in Zukunft dazukommen wer weiß meine Eltern haben mich dafür immer schon unterstützt und dafür bin ich ihnen einfach äh unglaublich dankbar und ich kann mir gar nicht vorstellen wie ich wäre wie ich heute wäre wenn es anders verlaufen wäre wenn meine Eltern anders drauf wären oder mir Dinge verboten hätten oder es quasi quasi weggemobbt hätten weil sie es nicht gut fänden keine Ahnung ich kann es nicht sagen ich will es aber auch gar nicht wissen wie es dann wäre ihr hört die Person die daraus wurde die sitzt jetzt gerade vor dem Mikrofon und hat euch ein bisschen über die Eltern erzählt und ich ja ich bin dankbar dafür unendlich dankbar und ich bin froh dass es so geworden ist denn auch hier kann man sagen und das das muss man jetzt auch mal so sagen ist es ein weiterer wichtiger punkt ein weiter wichtiger äh wichtiger Pfeiler sozusagen in der Meso Manga Historie denn ohne diesen support der eltern hätte es wahrscheinlich auch niemals mehr so Manga gegeben ja und damit mal wieder eine weitere episode der monologie im kasten ich hoffe es hat euch gefallen unterhalten vielleicht konntet ihr was mitnehmen das würde mich freuen und ja in diesem sinne vielen vielen dank fürs zuschauen und zuhören ich hoffe es ähm es war nicht zu lang für so ein sehr monothematisches thema irgendwo auch wenn es euch gefallen hat würde ich mich über eine positive rückmeldung freuen wenn ihr mir so Manga supporten wollt schaut gerne in die Videobeschreibung rein und äh sucht euch da was aus und ansonsten sag ich wieder einmal ich bin euer René von dem Mesa Manga bis dahin und tau bye bye bis zum nächsten mal ciao ciao bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.